Sehnewendungen erklären. Bekommen Sie den Hals nicht voll. Erklären Sie die folgenden Sehnewendungen um den Begriff Hals oder betreiben Sie typische Situationen, in denen diese benutzt werden. Hals und Einbruch. Jemandem den Hals umdrehen. Sich den Hals zerreißen. Einen langen Hals machen. Einen steigenden Hals bekommen. Den Hals nicht vollziehen. Einen langen Hals umdrehen. Einen langen Hals.